Musik Musik Eine der großartigsten Dinge, die Jesus seinen Nachfolgern auf dieser Erde hinterlassen hat, ist, dass sie eine Gemeinschaft bilden. Überall auf der Welt sollten sie Gemeinschaften bilden, die christliche Gemeinde. Eine Frage, sind sie auch schon Teil einer christlichen Gemeinde? Vielleicht ist es ja so, dass sie auch auf der Suche sind oder den inneren Drang verspüren nach so einer Gemeinschaft. Und wenn sie ihr geistliches Leben schon mit anderen Christen gemeinsam leben, dann hoffe ich, dass es sie bereichert, dass es ihnen Freude schenkt und sie tröstet. Was denken Sie? Brauchen Menschen die christliche Gemeinde? Nun, vielleicht haben Sie auch schon gehört, vielerorts schließen Kirchengebäude. Menschen verlassen Kirchen. Und die Kirchengebäude werden zu anderen Zwecken benutzt. Aber was haben Menschen überhaupt von uns Christen? Oder was könnten sie bei uns finden? Nun ja, es gibt offensichtlich viele Probleme in dieser Welt. Und es ist nicht unbedingt so, dass überall alles katastrophal aussieht. Aber es gibt so viele Probleme auf Beziehungsebenen. Und viele Menschen haben zum Beispiel Mühe, sich überhaupt eine Beziehung zu Gott vorzustellen. Nun, es gibt ja auch Bilder, die von Gott gemacht werden. Da fragt man sich schon, da ist eine Beziehung kaum möglich. Und wenn dann noch Menschen, die sagen, sie hätten eine Beziehung zu Gott, ihre Mitmenschen schlecht behandeln, wer will schon deren Gott haben? Trotzdem, es gibt überall Menschen, die stellen viele Fragen nach dem Sinn des Lebens. Und mir scheint das gerade so bei jungen Leuten so zu sein, die sehr viele Fragen haben. Und die gerne Antworten auf ihre Fragen hätten. Vor ein paar Jahren hat ein Schweizer Magazin im Internet jungen Leuten die Frage gestellt, was beschäftigt euch? Und schon als sie die Frage stellten, gab es Kommentare in der Webseite. Und da haben viele junge Leute geantwortet schon. Und ich möchte mal ein paar dieser Antworten vorlesen, wo sie ihre Sorgen zum Ausdruck bringen. Da schreibt jemand, mich beschäftigen die Einflüsse der Gesellschaft auf die Jugend, also auch auf mich. Ich finde, es werden einem völlig falsche Werte vermittelt. Jemand anders schreibt, mich beschäftigt vor allen Dingen die Zukunft. Die Welt wird immer schlimmer. Oder wir verlieren uns in den Optionen des Lebens. Alles ist irgendwie möglich. Hier in dieser Welt seinen Platz zu finden, ist schwer. Wieder jemand schrieb, mich beschäftigt eine ganze Menge. Vor allem sind dies Fragen wie, will ich überhaupt ein Kind in diese Welt voller kranker Menschen setzen? Oder wird es irgendwann Frieden geben auf dieser Welt? Und eine Antwort, die mich besonders bewegt hat, war die, wozu sind wir auf der Welt? Was haben wir für einen Sinn? Wir werden geboren, gebildet, arbeiten, bekommen Geld, ernähren uns. Und das Tag ein, Tag aus. Bei den Tieren ist es dasselbe, nur in einer anderen Form. Es geht nur ums Überleben. Aber wofür überleben? Bloß um früher oder später doch zu sterben? Diese Frage der Existenz belastet mich schon ewig und es wird sie mir niemals jemand beantworten können. Als ich das las, habe ich gedacht, Mensch, was machen wir Christen bloß? Verstecken wir uns? Das sind doch genau die Fragen, auf die ich für mich gute Antworten gefunden habe. In der christlichen Gemeinde. Antworten von diesem Jesus, der dort zu finden ist. Für mich hat Jesus auf die Sinnfragen des Lebens Antworten, die wirklich Sinn machen. Und in diesen Antworten, da scheint irgendwo immer auch diese Liebe Gottes zu uns Menschen durch, mit uns, mit denen er ja eine ewige Freundschaft haben möchte. Das hört sich vielleicht etwas abstrakt an. Aber genau dafür ist doch Gemeinde da, wo die Antworten auf die wichtigen Fragen des Lebens dann wirklich konkret formuliert werden können und auch umgesetzt werden können. Und es ist dann auch die Gemeinde, die diese besondere Perspektive der Welt mitteilen kann. Und ich bin überzeugt, Gott ruft Menschen in die Gemeinde, weil er sie liebt. Gott ruft Menschen und der Ruf mag zu jedem Menschen etwas anders daherkommen. Aber wichtig ist, dass wir den Ruf hören und feststeht, Menschen kommen tatsächlich. Aber wenn Gottes Ruf in diese Gemeinde hineinführt, dann ruft Gott dann auch die Menschen in die Nachfolge von Jesus. Jesus möchte uns allen zu Jünger machen. Und wenn wir seine Jünger sind, dann werden wir von ihm, dem Meister, viel lernen können. Dann wollen wir immer so mehr werden wie er. Und Menschen dann auch innerhalb und außerhalb der Gemeinde dienen, wie er gedient hat. Jünger von Jesus, die finden wir in der christlichen Gemeinde. Es ist ein toller Ort, die Gemeinde. Der Apostel Paulus hat bei seiner Beschreibung der Gemeinde eine Metapher verwendet. So diese Metapher des menschlichen Körpers. Gerade im ersten Korintherbrief, Kapitel 12, finden wir das. Er hat dort erklärt, dass die vielen Körperteile des Menschen so einen unteilbaren Organismus bilden. Und er wendet das auf die Gemeinde an. Dort, zum Beispiel in Abvers 12, ich lese ein paar Ausschnitte. So ist es auch mit Christus, mit der Gemeinde, die sein Leib ist. Ein Körper besteht nicht aus einem einzigen Teil, sondern aus vielen Teilen. Nun aber hat Gott im Körper viele Teile geschaffen. Und hat jedem Teil seinen Platz zugewiesen, so wie er es gewollt hat. Und etwas später kommt die Übertragung, ihr alle seid zusammen der Leib von Christus. Und als Einzelne seid ihr Teile an diesem Leib. Dann beschreibt der Apostel, dass Gott mit jedem Teil dieses Leibes etwas vorhat. Und er ruft jedes dieser Körperteile zum Dienst, zu einer Aufgabe. Dort steht zum Beispiel, so hat Gott in der Gemeinde allen ihre Aufgabe zugewiesen. Und danach zählte einige dieser Dienste auf, zu denen Gott diese einzelnen Glieder befähigt, indem er ihnen die Gaben des Geistes schenkt. Und wozu das alles? Vorher in Vers 7 macht der Apostel es sehr deutlich, warum Gott die Gaben zum Dienst gibt. Dort steht, doch an jedem und jeder in der Gemeinde zeigt der Heilige Geist seine Wirkung in der Weise und mit dem Ziel, dass alle etwas davon haben. Dafür sind die Gaben da, dass alle etwas davon haben. Haben Sie schon einmal darüber nachgedacht, was Sie für Gaben haben? Dann wissen Sie, wozu sie gegeben wurden, damit alle etwas davon haben. Ich denke, es ist eine Aufgabe von Christen, sich Gedanken über die von Gott gegebenen Gaben zu machen. Man kann darum beten, um sie zu entdecken. Man kann vielleicht auch einen Gabentest machen. Oder andere Gemeindeglieder können einen darauf aufmerksam machen. Und manchmal erkennt man natürlich eine Gabe erst, wenn man Dinge tut, die man vielleicht vorher noch nie gemacht hat. Haben Sie schon Gottes Ruf gehört? Den Ruf zu Jesus in die Gemeinde hinein, zum Dienst? Es geht da wahrscheinlich weniger um irgendwelche Stimmen, die man hört, sondern vielmehr um dieses Anklopfen des Heiligen Geistes am Herzen. Vielleicht durch andere Menschen oder durch das Lesen von der Bibel, durch das Lesen anderer Bücher. Vielleicht auch durch Erlebnisse oder Webseiten, Videos. Wissen Sie, was Gott von Ihnen möchte? Vielleicht haben Sie ja schon so eine Ahnung. Wenn es denn bloß nicht so viele Hindernisse gäbe. Das scheint mir eine sehr verbreitete Sichtweise zu sein. Die ist so alt, da finden wir viele Geschichten auch in der Bibel darüber. Wir finden eine ganze Reihe von Leuten in der Bibel, die von Gott einen ganz konkreten Auftrag bekamen. Und sie hatten so viele Gründe, warum sie es nicht machen konnten. Das Paradebeispiel ist natürlich Mose. Vielleicht erinnern Sie sich. Mose, er wurde an diesem brennenden Busch von Gott berufen, sein Volk aus der ägyptischen Sklaverei zu befreien. Und er sollte diese Ansage auch dem Pharao machen. Oh, was hatte Mose alles für Ausreden. Und eines seiner Hauptargumente war, dass er wegen mangelnder Sprachkompetenz für diesen Job eigentlich ungeeignet wäre. Da steht im zweiten Mose 4, doch Mose erwiderte, Ach Herr, ich habe doch noch nie gut reden können. Und auch seit du mit mir, deinem Diener, sprichst, ist das nicht besser geworden. Ich bin im Reden viel zu schwerfällig und unbeholfen. Nun, mangelnde Kompetenz ist natürlich immer das Totschlag-Argument für das Ablehnen eines Auftrags. Es ist doch so, jemand, der dem Pharao sowas sagen soll, der muss gut reden können. Stimmt doch, oder? Außer ohne Redegewandtheit, na, ist nicht gut. Aber wie reagiert Gott? Der Herr antwortete, so steht dort, Wer hat den Menschen die Sprache gegeben? Wer macht die Menschen stumm oder taub? Wer macht sie sehend oder blind? Ich bin es, der Herr. Also geh jetzt. Ich werde dir helfen und dir sagen, was du reden sollst. Also ohne Gott wäre Mose sicherlich dieser Aufgabe nicht möglich gewesen. Aber wenn Gott ruft, dann gibt er auch die Fähigkeiten, die notwendig sind, um diesem Ruf nachzukommen. Oder er stellt jemandem etwas zur Hilfe oder jemandem zur Hilfe, wie dem Mose, den Aaron, seinem Bruder. Nach einem gewissen Hin und Herdang hat Mose das dann mal so hingenommen. Aber die Frage ist jetzt wiederum an sie. Wie? Hat Gott sie gerufen und sie denken, dass sie nicht kompetent genug sind? Denken Sie noch mal drüber nach, was Gott so alles kann. Ein weiteres Beispiel finden wir, als die Nation Judah im 8. Jahrhundert vor Christus von zwei Krisen konfrontiert wurde. Nummer eins, sein Brudervolk Israel hatte sich mit den Syrern zusammengetan und bedrohten Judah. Und Nummer zwei, Assyrien belagerte Jerusalem. Assyrien, die Weltmacht, zwei große Probleme. Und in diese Situation hinein beruft Gott nun den Propheten Jesaja, der einerseits Gericht und andererseits Rettung verkündigen soll. Als Gott ihn berief, da sah Jesaja Gott auf seinem Thron in Herrlichkeit und Pracht. Das war wahrscheinlich etwas zu viel für Jesaja. Wir lesen dort, er rief vor Angst, schrie ich auf, ich bin verloren, ich bin unwürdig, den Herrn zu preisen und lebe unter einem Volk, das genauso unwürdig ist. Und ich habe den König gesehen, den Herrscher der Welt. Also Jesaja empfand in diesem Augenblick eine derartige Diskrepanz zwischen Gottes Heiligkeit und seiner eigenen Unwürdigkeit, das hat ihn völlig überwältigt. Schauen wir wieder, was Gott macht. Da kam einer der mächtigen Engel zu mir geflogen. Er hatte eine glühende Kohle, die er mit der Zange vom Altar genommen hatte. Damit berührte er meine Lippen und sagte, die Glut hat deine Lippen berührt, jetzt bist du von deiner Schuld befreit, deine Sünde ist dir vergeben. Also hier ist die Lösung für Jesajas, für meine und für ihre Unwürdigkeit. Es ist das, was vom Altar kommt. Wir finden in dieser Szene eine Anspielung auf diese spätere Opfer von Jesus Christus auf Golgatha. Und wenn wir Jesus vertrauen, wird uns unsere Sünde vergeben. Ich finde es schon sehr eindrücklich, was Jesaja dann erlebt hat. Es war wieder eine Frage Gottes. Haben Sie schon einmal sich getroffen, gefühlt von diesem, wen soll ich senden? Haben Sie vielleicht gedacht, Sie seien zu unwürdig, weil Sie ein Sünder, eine Sünderin sind? Eins ist klar, ohne die glühende Kohle vom Altar sind Sie, bin ich, tatsächlich unwürdig. Diese glühende Kohle als Symbol des Evangeliums von Jesus Christus. Und Gott sucht nach denen, die diese gute Nachricht selber erlebt haben. Denn am Ende können doch nur die gesandt werden, die das Evangelium an sich selbst erlebt haben. Wenn Sie es erlebt haben, dann können auch Sie sagen, ich bin bereit. Etwas vor der Zeit von Jesaja, da gab es einen anderen Propheten im Nordreich Israel. Auch damals war Assyrien Weltmacht. Und als dieser Prophet von Gott einen Spezialauftrag bekam, rannte er einfach weg. Jona. Viele kennen die Geschichte. Gott beruft Jona dazu, eine Gerichtsbotschaft der Hauptstadt des Weltreichs, Niniveh, zu überbringen. Wie gesagt, der rennt weg Richtung Spanien. Er nimmt ein Schiff, er verursacht ein Unwetter, wird über Bord geworfen. Nachdem sich die gesamte Schiffsmannschaft zum wahren Gott bekehrt hatte, wird von einem Meerestier geschluckt und wieder ausgespuckt. Und erneut kommt der Ruf Gottes. Dieses Mal geht Jona hin. Und siehe da, Niniveh bekehrt sich und wird nicht zerstört. Das fuchst aber den Jona jetzt sehr. Ich lese mal. Das gefiel Jona gar nicht. Und er wurde zornig. Er sagte, ach Herr, genau das habe ich vermutet, als ich noch zu Hause war. Darum wollte ich ja auch nach Spanien fliehen. Ich wusste doch, du bist voll Liebe und Erbarmen, du hast Geduld, deine Güte kennt keine Grenzen. Das Unheil, das du androhst, tut dir hinterher leid. Deshalb nimm mein Leben zurück, Herr, sterben will ich. Das ist besser als weiterleben. Jona sagt im Grunde, Gott, du bist echt peinlich. Erst bringst du mich dazu, den Mund so vollzunehmen und dann passiert gar nichts. Jetzt kann ich mich nirgends mehr blicken lassen. Dann nimmt mich doch keiner mehr ernst. Also schöne Prophezeiung, wenn sie dann nicht eintrifft. Ich finde, Jona ist schon irgendwie krass. Er hatte eigentlich das richtige Gottesbild. Aber damit war er unzufrieden. Er hätte lieber so einen Feuer- und Schwefelwerfenden Gott gehabt, der den Heiden mal so richtig einheizt. Nun, Gott versucht Jona wieder auf die Spur zu bringen durch so eine Rizinustaude. Aber Jona tut nur leid, dass die Rizinustaude eingeht und er tut sich vor allem selbst leid. Nun, da antwortete Gott jetzt. Und mir sollte diese große Stadt Niniveh nicht leid tun, in der mehr als 120.000 Menschen leben, die rechts und links nicht unterscheiden können und dazu noch das viele Vieh. Also wenn Gott Menschen ruft, dann ruft er sie zum Heil, nicht zum Unheil. Angedrohte Konsequenzen sollen doch nur zur Umkehr führen. Und wenn das dann geschieht, diese Umkehr, es ist einfach großartig. Sind Sie schon einmal vor Gottes Ruf davongelaufen? Was waren Ihre Gründe? Nun, ganz egal, was es war. Seien Sie sich dessen bewusst, Gott ruft Sie immer zum Heil Ihrer Mitmenschen. Nun, er hat uns nicht zu Richtern gemacht. Er hat uns schon gar nicht zu Schafrichtern gemacht. Nun, und falls Sie tatsächlich weglaufen, passen Sie auf, Gott könnte Ihnen so einen Fisch schicken. Zu Ihrem Heil und zum Heil Ihrer Mitmenschen. Zu einer Zeit, in der es nur noch das Südreich Judah gab, da berief Gott einen weiteren Propheten. Der hatte auch eine sehr heikle Aufgabe bekommen. Er sollte das Volk nämlich zu einer Art Hochverrat verleiten, in dem sie sich ihren Feinden, den Babyloniern, ausliefern sollten. Nun, dieser Prophet, Jeremia, der hatte auch einen Einwand gegen Gottes Ruf. Dort im ersten Kapitel seines Buches steht, Ach, Herr, du mein Gott, ich kann doch nicht reden, ich bin doch zu jung. Klar, in der Kultur Jeremias legte man sehr großes Gewicht auf die Worte der alten Generation. Da gab es noch keinen Jugendwahn. Von daher hört sich der Einwand des Jeremias schon sehr plausibel an. Niemand wird mir zuhören, ich bin einfach noch zu jung. Nun, wie reagiert Gott jetzt auf diesen Einwand? Da steht aber, der Herr antwortete mir, sag nicht, ich bin zu jung. Gehe, wohin ich dich sende und verkünde, was ich dir auftrag. Hab keine Angst vor Menschen, denn ich bin bei dir und schütze dich. Das sage ich der Herr. Dann streckte der Herr seine Hand aus, berührte meine Lippen und sagte, Ich lege meine Worte in deinen Mund. Gott geht eigentlich gar nicht auf das Argument des Jeremias ein. So plausibel es auch war. Vielleicht ist ja das die Lektion für uns. Vergessen wir einmal unsere Rationalisierung, unsere Logik, unsere Ängste, unsere Vorurteile. Wenn Gott Sie ruft, dann machen Sie einfach. Er sorgt auch dafür, dass Sie Ihrem Ruf, seinem Ruf Folge leisten können. Lassen Sie es einfach Gottes Sorge sein. Wir haben jetzt einige Beispiele aus biblischen Berufungsgeschichten gehört. Sie machen deutlich, dass Gottes Ruf, der kommt nicht so in einer Art und Weise daher nach dem Motto, Aha, ich dachte, du könntest ja vielleicht das machen, aber wenn das so ist, dann vielleicht lieber nicht. Gott entschuldigt sich nie für einen Ruf an Sie. Hören Sie einfach hin, wozu er Sie beruft. Ich bin überzeugt, je enger Sie Gemeinschaft mit Gott pflegen, desto klarer wird dieser Ruf werden. Und ja, es sollte natürlich nicht der eigene, eingebildete Ruf sein, sondern wirklich die Stimme Gottes. Und ja, manchmal kann es mit Blitz und Donner geschehen, aber auch in so leisem Säuseln kann man Gottes Stimme hören. Schauen Sie in die Bibel, auf die Erfahrungen, die Sie machen, die Begegnungen, die Sie machen. Vielleicht bekommen Sie irgendwelche neuen und ungewöhnliche Gedanken, die in Ihrem Kopf auftauchen. Es können viele Dinge sein. Hören Sie einfach hin. Denn jeder Nachfolger von Jesus ist von Gott gerufen, dass wir einander dienen zum Wohle aller. Deshalb denken Sie darüber nach, welche Gaben Sie von Gott bekommen haben. Bitten Sie Gott, dass er Ihnen zeigt, wozu er Sie rufen möchte. Und wenn es dann Hindernisse gibt oder plausible Gründe dagegen, besprechen Sie die mit Gott. Besprechen Sie die mit Ihren Mitchristen in der Gemeinde, in der Sie ja sowieso hineingerufen sind. Also ich bin mir sicher, es werden sich Wege finden. Auf jeden Fall will er zusammen mit Ihnen die Gemeinde zu einem Ort machen, wo man sich als Gottesfamilie wohlfühlt, geborgen fühlt. Damit die Menschen mit ihren Nöten und Fragen genau dort Geborgenheit und die Antworten auf ihre Fragen finden können. Ich bin überzeugt, die Welt braucht uns, die Gemeinde. Und damit sie. Ich möchte gerne noch ein Gebet sprechen. Unser Vater im Himmel. Wir haben gesehen, du rufst Menschen. Du rufst Menschen in deine Gemeinde hinein. Du rufst Menschen immer zum Heil. Dass sie Antworten finden auf die Sinnfragen ihres Lebens. Und Herr, du hast uns berufen, in deiner Gemeinde zu dienen. Einander. Unseren Mitmenschen. Herr, du hast für jeden von uns einen Ruf parat. Und bitte, Herr, hilf uns, dass wir ein Ohr haben für dich. Für das, was du uns sagen möchtest. Für die Aufgabe, die du uns erteilen möchtest. Herr, du hast so viel Heil im Sinn für uns und für unsere Mitmenschen. Bitte mach, dass wir bereit sind, auf diesen Ruf zu hören. Dass die Hindernisse aus dem Weg geräumt werden von dir. Und wir ein Segen sein können für unsere Mitmenschen. Amen. Und wir...